Da ist er wieder, unser Rainer. Seinen schwarzen Cat möchte er am liebsten gar nicht mehr ausziehen, aber um Rosengarnmodel zu sein, gehört natürlich ein wenig mehr dazu. Heute trägt er über den Cat Suit ein Kurzarmhemd aus unserer aktuellen Sommerkollektion, ein wunderschönes blaues Latex mit so ein paar weißen Details abgerundet, was so an Meer und Sommer und Urlaub erinnert. Die schwarzen Ärmel, die schwarze Schulterpasse und die weiteren Details sind schwarz, machen das Ganze wieder ein bisschen moderater. Vorne wird das Hemd ganz bequem mit Druckknöpfen geschlossen und die Druckknopfleiste ist natürlich verstärkt, damit das auch beim Öffnen nicht kaputt geht. Die Tasche ist aufgeklebt, für das eine oder andere kleine Detail mitzunehmen und hier siehst du nochmal das wunderschöne Muster, das ist wirklich einzigartig, jedes Mal anders und diese Hemden haben wir auch in anderen Farben und natürlich vielen Größen im Atelier. Sicher ist da auch eins für dich dabei, was für die Temperaturen gerade im Sommer perfekt ist mit den kurzen Armen. Ich freue mich auf deinen Besuch, bis zum nächsten Mal, deine Karin.